Unser abschließender Beitrag von Roman Brotmann und Dietrich Lehmstedt, Adolf eine Gaudi, von einem der Auszug den Führer zu spielen, hat etwas Gespenstisches an sich. Wie reagieren heute Menschen, wenn sie jemandem begegnen, der die frappierende Ähnlichkeit zu Adolf Hitler sorgsam pflegt und zur Schau trägt? Warum erregt so etwas heute überhaupt noch Aufsehen? Was für ein Mensch ist dies, der einer solchen Freizeitbeschäftigung nachgeht? Sollte sich nicht ein Arzt oder ein Seelsorger um ihn kümmern? Der Bericht sucht Antworten. Hier draußen immer etwas Rades zu sehen, zu jeder Vorführung, zu jeder Vorführung. Die Schaugude längst keine Rarität geworden. Es gibt nur noch wenige dieser Schauguden in der Bundestehronie. Das war der Schneider. Das war der Schneider. Das war der Schneider. Wie schaut ab! Untertitelung. BR 2018